Was ist ein Stichregulator und was bringt mir das beim Quilten? Wie Sie den ASR bei der Janome M8 benutzen, zeige ich Ihnen in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen in unserem Nähzimmer. Von hier aus zeigen wir Ihnen Tipps und Tricks rund ums Nähen, Sticken und Plotten. Und wir zeigen Ihnen auch, wie Sie bestimmte Zubehörteile benutzen. Wenn Sie keins dieser Videos mehr verpassen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie den ASR an der Janome M8 benutzen. Der ASR heißt ausgeschrieben Accurate Stitch Regulator und ist ein Stichregulator, der für gleichmäßige Stichlängen beim Quilten sorgt. Sie können dieses Gerät aber auch für Freihandtechniken benutzen, zum Beispiel zum Nähmalen. Er verfügt über ein Kabel und wird mit der Maschine verbunden. Das heißt auch, dass Sie dieses Teil nur an einer Maschine benutzen können, die auch über einen passenden Anschluss verfügt. Das ist aktuell bei Janome, die M17, die M8 und die 9480. Wir montieren jetzt den Stichregulator und ich zeige Ihnen auch, wie Sie die verschiedenen Sohlen verwenden können. Der Anschluss für den ASR befindet sich auf der Rückseite. Das ist eine Klappe, die Sie öffnen können und dort wird das Kabel eingesteckt. Das kann nur in eine Richtung eingesteckt werden. Einschieben und den ASR nach vorne legen. Der wird jetzt dann von vorne angeschraubt. Durch das Anschließen des ASR erscheint diese Meldung. Also die Maschine weist Sie darauf hin, dass Sie den passenden Nähfuß verwenden sollen. Die Meldung können Sie dann wegdrücken und den normalen Nähfußhalter entfernen. Einfach hinschieben und die Schraube erst handfest anziehen und mit dem Schraubendreher nochmal leicht nachziehen. Drehen Sie sie nicht zu fest so. Durch den Anschluss des ASR hat die Maschine bereits einige Stiche ausgegraut. Damit man damit quilten kann, muss man aber noch ein paar Einstellungen vornehmen. Sie müssen allerdings nicht selbst entscheiden, was Sie aktivieren oder deaktivieren müssen, sondern Sie können das Ganze über den Nähberater auswählen. Das ist das T-Shirt-Symbol. Auch hier sind einige Bereiche ausgegraut, weil sie mit dem angeschlossenen ASR nicht benutzt werden können. Und wir wechseln hier oben zum Patchwork und Quilten. Hier gehen auch einige Techniken nicht. Wir möchten ja aber Freihand quilten. Das ist aktiv. Einfach antippen. Und die M8 schlägt Ihnen ja den passenden Nähfuß vor. Hier ist ein normaler Freihand-Nähfuß angezeigt und kein ASR. Ich kann auch den ASR nicht auswählen, also kann ich diesen Stich nicht verwenden. Das gilt auch für den Geradstich 2. Ich kann den ASR nicht benutzen, aber beim Geradstich 3. Jetzt ist das ASR-Feld aktiv. Und sobald ich drauf tippe, wird mir hier auch eine ASR-Sohle angezeigt. Zusätzlich erscheint jetzt hier diese Stichlängeneinstellung. Die Maschine misst ja über einen Sensor, wie schnell ich meinen Stoff bewege und passt die Stichlänge dementsprechend an. Ich entscheide also nicht mehr durch mehr oder weniger Gas geben über die Stichlänge und über meine Stoffbewegung kombiniert zum Pedal, sondern ich kann hier die Stichlängen eingeben. Über dieses Symbol komme ich zu weiteren Einstellungen, zum Beispiel zum Anpassen der Fadenspannung oder zur Einstellung der Höhe. Jetzt nehme ich mir erstmal einen Stoff, hole meinen Unterfaden herauf und fange an zu quilten. Ich habe die Maschine bereits eingefädelt und die Geradstichplatte montiert für ein gutes Stichbild. Dann nehme ich mir meinen Stoff und hole den Unterfaden herauf, indem ich den Oberfaden festhalte und auf die Nadeltaste drücke. Dann kann ich den Unterfaden mit der Pinzette erfassen und rausziehen. Wenn ich will, dass der Oberfaden in dem Loch bleibt, weil ich habe ja jetzt die Sohle mit dem geschlossenen Nähfuß, dann kann ich das auch machen mit der Pinzette, indem ich die Nadel absenke und den Oberfaden rausziehe. Ich habe jetzt Stichlänge 2,6 eingestellt und ich nähe mit der Taste. Ich zeige verschiedene Varianten. Man kann mit dem ASR mit der Taste nähen oder mit dem Pedal. Wir fangen jetzt mit der Taste an. Um den Stoff besser bewegen zu können, nehme ich noch Quillthandschuhe. Und wenn man auf die Starttaste drückt, dann fängt die Maschine langsam an zu nähen, bis ich beginne, den Stoff zu bewegen. Wenn ich den Stoff nicht mehr bewege, näht sie langsam auf der Stelle. Also man könnte das zum Vernähen benutzen und man hat auch genug Zeit, um die Maschine anzuhalten. Dann schaue ich mir meine ersten Stiche an, ob die Fadenspannung passt, ob die Stichlänge passt. Ich hätte die jetzt gerne ein bisschen kürzer. Und man kann auch gut sehen, dass der Fuß ein bisschen tiefer stehen sollte. Steht der Fuß beim Quillten zu hoch, können Fehlstiche entstehen. Deswegen öffne ich das Fenster der Einstellungen und stelle meinen Fuß ein bisschen tiefer. Bilden sich beim Quillten ungleichmäßige Stichlängen, zum Beispiel wenn Sie kleine Kurven arbeiten möchten, gibt es eine weitere Einstellungsmöglichkeit für den ASR. Der befindet sich im Setup-Menü, bei den Näheinstellungen und dann blättern Sie nach unten. Hier sehen Sie den Punkt ASR-Empfindlichkeit. Der steht jetzt hier auf minus drei. Das heißt, er war zu wenig empfindlich, um die kleinen Bereiche schön quillten zu können. Ich stelle ihn jetzt auf null, bestätige mit OK und quillte dann weiter. Dann lassen sich auch enge Kurven leichter quillten. Hier müssen Sie bei jedem Motiv ein bisschen ausprobieren, mit welcher Einstellung der ASR am besten reagiert. Und wenn Sie die Maschine bzw. wenn Sie den Stoff zu schnell bewegen für diese Einstellung, dann ertönt ein leiser Piepston. Wenn Sie den hören, müssen Sie den Stoff entweder langsamer bewegen oder die Empfindlichkeit einstellen. Wenn Sie beim Quillten den Bereich vor der Nadel sehen möchten, können Sie auch diese Sohle verwenden. Ich tausche jetzt mal gegen die Echo-Quill-Sohle aus. Die ist schön transparent, da kann man auch den Stoff darunter gut erkennen. Sie gleitet gut über Stufen, zum Beispiel von den Nahtkreuzungen. Und man hat eine Markierung, um Echo-Quill-Linien auszuführen. Zum Tauschen der Sohle gibt es hinten am ASR einen Knopf, den drücken Sie rein. Dann geht die Sohle vorne nach unten und kann herausgezogen werden. Achten Sie beim Tauschen immer darauf, dass Sie mit diesem Teil nicht an der Nadelspitze anstoßen. Die neue Sohle also erst unter der Nadel hindurch schieben, dann nach oben und dann wird sie wie eine Snap-on-Sohle einfach nur hochgedrückt. Jetzt können Sie weiter quillten, also wieder den Unterfaden hochholen und neu beginnen. Wenn Sie bei der M8 den Fadenabschneider in Verbindung mit dem ASR benutzt haben, startet die Maschine beim nächsten Mal nur mit einem Stich. Das dient dazu, den Unterfaden hochzuholen. Sie können also den Oberfaden festhalten, auf Start drücken und die Maschine macht nur einen Stich. Und jetzt hätten Sie die Möglichkeit, den Unterfaden hochzuholen und wegzuziehen. Ich beginne jetzt einfach mal mit den Quilten. Ich beginne jetzt einfach mal mit den Quilten. Und ich kann jetzt parallele Linien quilten. Und man hat ja gesehen, wenn ich aufhöre, den Stoff zu bewegen, näht die Maschine ganz langsam. Ich habe also immer auch die Zeit, mit den Händen umzugreifen, ohne dass zu viele Stiche entstehen. Oder wie man es normalerweise dann gerne macht, man hält an und muss neu ansetzen. Und diese Startstellen sieht man dann auch ganz schnell. Eine weitere Sohle für den ASR ist die Rulersohle. Die tausche ich jetzt aus, hole mir einen Ruler und zeige Ihnen, wie das Teil zusammen mit einem Ruler ganz einfach benutzt werden kann. Sohle für den ASR ist die Rulersohle. Die Rulersohle ist jetzt montiert. Ich muss allerdings der Maschine auch noch mitteilen, dass ich Ruler Work machen möchte. Das geht dann auch wieder über den Nähberater, also das T-Shirt Symbol. Hier drücken und dann das Symbol für Quilten mit Lineal auswählen. Auch hier werde ich wieder darauf hingewiesen, den korrekten Nähfuß zu montieren. Bestätigen mit OK. Im Display wird jetzt auch der Ruler Fuß angezeigt, den habe ich ja schon montiert. Und ich kann hier unten noch wählen zwischen normalem und leichten Material. Da muss man ein bisschen ausprobieren. Ich habe jetzt hier zwei Lagen H630 und wähle dann normal. Ich schaue mir mal die Einstellungen und die Fadenspannung an. Und auch hier kann man weitere Einstellungen vornehmen, wenn man das Fenster öffnet und bei Ruler Work auf jeden Fall auf die Höhe vom Nähfuß achten. Dafür erstmal eine Probenaht machen. Ich lege mir also immer erstmal den Ruler auf den Stoff und drücke ihn fest, so wie ich Spreader beim Schieben des Stoffes auch machen werde und senke den Nähfuß ab. Dann schaue ich mir an, wie der Ruler zu meinem Rulerfuß passt. Er sollte nicht zu tief stehen, weil sonst irgendwann der Fuß über den Ruler geht. Er sollte aber auch nicht zu hoch stehen, damit der Fuß nicht irgendwann unter das Lineal gleitet. Bei der Verwendung des ASR mit Ruler Work bevorzuge ich das Pedal. Das heißt, ich stecke jetzt das Pedal ein, um die Maschine mit dem Pedal zu starten. Ich regle damit nicht die Geschwindigkeit. Das ist am Anfang ein bisschen ungewohnt und Übungssache. Da probieren Sie am besten aus, welche Starttechnik bei Ihnen am besten funktioniert. Ich nehme jetzt das Pedal meistens so, dass ich es voll durchdrehte. Das heißt, ich gebe der Maschine damit den Startbefehl und schiebe dann mein Projekt am Rulerfuß entlang. Auch hier habe ich wieder diesen ersten Stich, mit dem ich meinen Unterfaden hochholen könnte. Also nicht wundern, wenn die Maschine nicht sofort startet. Dann einfach nochmal aufs Pedal. Dann näht sie dauerhaft. Und ich kann meinen Ruler entlang schieben. Und ich verwende eben am liebsten das Pedal für Ruler Work, weil man vor allem bei Ruler Work sehr oft anhalten muss, um das Lineal umzusetzen. Dann muss ich nicht immer erst mit der Hand bis an die Taste. Für Ruler Work mag ich immer lieber ein bisschen längere Stichlänge. Deswegen stelle ich die jetzt hier am Display ein. Schließe wieder das Fenster. Und dann kann ich hier die Stichlänge anpassen. Der ASR ist so konstruiert, dass ich die Ruler auch hinter dem Nähfuß anlegen kann. Hier kann man jetzt ganz gut erkennen, dass der Stoff so leicht flattert, also der Rulerfuß steht zu hoch. Ich öffne also das Menü und stelle den Fuß ein bisschen tiefer ein. Man kann jetzt hier ganz gut erkennen, wir haben High-Schenk-Ruler verwendet. Die passen also hinter den Rulerfuß. Sie können vorne gut angelegt werden. Sie haben also die freie Auswahl bei der Suche nach einem passenden Ruler. Es können auch die Low-Schenk-Ruler verwendet werden. Aber das beste Ergebnis erreicht man immer, wenn der Ruler von der Dicke her perfekt zur Höhe des Nähfußes und zum Nähfuß passt. Und bei den High-Schenk-Rulern hat man in der Regel auch eine größere Auswahl. So komfortabel funktioniert der ASR bei Yanomé. Ich habe bereits erwähnt, aktuell bei den Modellen M17, M8 und M9480. Zu den Rulern noch eine kleine Anmerkung. Sie können für die Yanomé-Modelle die High-Schenk-Ruler verwenden. Die haben ungefähr eine Stärke von 6 mm und ein Low-Schenk-Ruler hat ungefähr die Stärke von 4 mm. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Quillten mit Yanomé und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, hinterlassen Sie uns ein Like.